Hey, Nettore! Fültere mal die Fische. Wer kennt das nicht? Manches passt nicht in den Geschirrspüler. Zeit für gute, alte Handarbeit. So wird das Geschirr strahlend sauber, ohne die Umwelt zu belasten. Es stimmt eben doch. Wenn es gut werden soll, macht man es besser selbst. Keine Spuren, keine Probleme. Für ein nachhaltig sauberes Zuhause, Wingo. Übrigens, wir suchen immer Leute, die sich die Hände schmutzig machen wollen. Werde Teil der Familie.